Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Genau. So. Wir nehmen uns mal um. Wo ist Veronica? Oder Virginia? Virginia. Oh. Wir haben Besuch. Ja, von mir lädt es noch. Oh. Er ist das. Also, sie sind noch nicht da. Ah, okay. Weißt du sie? Ja, ich sehe sie. Ah. So. Also, ich kann irgendwie gerade nicht auf der Mauer stehen. So. Und? Oh, one shot, one kill, no luck, all skill. Hä, war es das, Schüter? Waren es nicht noch mehr vorhin? Es waren eigentlich mehr. Ja. Ha. Oh. Okay. Uh. Na. Ich bin erschrocken. Ey, was war ich dich? Ah, ja, genau, genau. Da. Ah, ja, da vorne, da, auf dem Eis ist so irgendwo noch einer. Ja. So. Gut. Aber ist es nur einer, dass man eigentlich... Ah, ja, hier auf dem Eis sind zwei. Komm mal. Ich brauche mich halt einfach so weiter. Hey. Bob. Komm her, komm her. Noch einer auf dem Eis. Ah, es ist einer mit komplett voller Rüstung. Neu. Zigarre. Hingehauen. So. Okay, ist tot. Okay. Nach dem vierten Schuss in Schädel ist er tot gewesen. Und? So, aber die haben wir dann nicht getroppt, also. Na ja. Schade, schade, Marmelade. Ja. Okay. Was müssen wir als nächstes machen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass wir als nächstes mal die... Ah, entweder diese... Oh, wie heißt's? Diese Seilkanone, sag ich jetzt einmal mal, oder die Schafe suchen. Moment. Bevor ich es... Aha. Aha. Moment. Man klar... Türschloss geht jetzt. Also... Ein Patch ist rausgekommen. Und wir können jetzt Türschlösser machen. Okay. Das werde ich gleich ausprobieren bei dieser Tür hier. Ähm... So. So. Ja. Haha. Siehst du? Ah. Okay. Interessant. Dann können wir aufmachen. So. Es ist zu. So, Kevin. Hast du irgendwas? Äh... 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 So. Gut. Was gibt es sonst ein neues... Also Türschloss. Seil... Äh... Können wir... Seilbrücke können wir auch... Feuerholz können wir... Seil können wir... Okay, also schade, du kannst den Kevin immer noch nicht sagen... Hey, hol Fische und tue sie auf diesen Drawing Rack aufstellen. Ja, leider. Na ja, sollte erst mal Pause machen. Habe ich eigentlich keine Motten, die ein bisschen wärmer sind, oder habe ich gar keine? Hm. Ne, hab ich nicht. Ja. Putze. Ne, ne, Treppe. Hast du schon mal ne Treppe bauen können? Äh... Ja. Denke schon. Jeder nicht von der Ramp, sondern von der Treppe. Ja, ich denke schon. Okay. Aber... Aber... Ja. Oh, dein Sogfisch sieht anders aus. Okay. Ach nee, du hast momentan den... Äh... Rebriefer an. Ja. Deswegen sieht es anders aus. Okay. Gut. Und da... Heiß Bank... ...Tisch... ...Stücker, Stamm, Knochen... ...Trocken, Schaufensterpuppe... ...Schaufensterpuppe... ...Trocken... Vielleicht ein Vogelhaus könnten wir bauen. Dann können wir wieder sammeln, oder? Ja, das wäre, glaube ich, nicht mehr schlecht. Haben die vielleicht neue Sachen hinzugefügt im Buch? Äh, bis auf den Schloss für die Tür, nein. Oder zumindest habe ich nichts gesehen. Zack, zack, zack. So, und weg mit dem. Doch, eine Seilbrücke. Also, ich denke es mir nicht, dass sie zuvor schon da war. War schon da. Achso, okay. Dann bin ich einfach noch dämlich. Äh, nee, sonst scheint nix da zugekommen zu sein. Hm? Du bist auf den ersten Blick. Wann trägt der Galkast vor? Ich warte. Hm. Ne. Was versuchst du gerade? Wir können jetzt was ausprobieren. Okay. ist das einfach eine Verstärkung, oder? Ah. Ah, das hat alles so mal funktioniert hier, oder wie? Ja. So. Macht auf jeden Fall sehr viele Geräusche, dieses Tor. Also, ich finde, das ist leise. Eben, meine ich ja. So. Da vorne ein bisschen Holz runtergezimmert. Hier sind noch ein paar. Oh. Oh. Liegt jetzt hier noch irgendwo Holz oder? Ah ja, da liegt noch Holz. Sollte. Ja. Ah, jetzt wird's hell. Ich hab ja schon gesagt, die ganze Zeit sehe ich irgendwie relativ wenig, obwohl es eigentlich klar ist. Aber jetzt sieht man einiges. Aber sehr gut. Wenn die hier wirklich ein Tor bauen. Aber die Frage ist... Ähm. Ha. Virginia wird auch damit bei mir nicht angezeigt. Wird's aber dir angezeigt? Moment, hab's da auch gleich. Weil wir haben dir ja einen Tag gegeben. Wo ist die? In dieser Richtung. Angeblich. Also in der Nähe von der Höhle, oder wie? Nee, in der Nähe... Warte. Äh, wie mach ich? Ich kann irgendwie ranzoomen, oder? Äh, ja. Die mittlere Maustaste drücken. Ah ja, genau. Es ist in der Nähe, wenn du ganz groß machst, oben in die Richtung, wo es weiß ist. In der Nähe des Helikopters? Okay. Okay. Ja, aber auch bei mir wird die einfach nicht angezeigt. Finde ich gut. Okay. Vielleicht kommt sie irgendwann wieder. Ja, mal schauen. Ich find's schon immer noch komisch, dass vom Eis irgendwie komische Geräusche kommen. Ähm, Dings kommen. Was? Wo? Äh, Leute mit Rüstungen. Oh. Genau die. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ähm. Auch jemand hier? Oder war das nur jetzt nur einer? Sollte noch ein weiterer sein. Ah ja, der... Weiß grad nicht, was ein Stein ist. Plopp. Gute Nacht. Wieso kann ich denen die Rüstung nicht einfach abnehmen? Ja, das wäre so viel praktischer. Ja. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Mhm. Leider. Leider, leider. Oh, ich bin mal hier. Ja. so das sollte so ausreichend sein ich habe glaube ich einen vogel in der luft erwischt kann es sein irgendwas habe ich gerade in der luft erwischt mit den stämmen so so gut ich habe eine dritte tür gebaut und damit wir von da direkt zum wasser gehen können da dringt jemand wasser guten morgen misst darf ich sie bekannt machen mit pfeil natürlich muss ich jetzt abhauen genau dann wenn man schießt ja dass sie uns angegriffen hat ich wollte sie nicht angreifen ich dachte mir solange sie nicht angreift lassen wir sie in ruhe aber und da hat er anderes im sinn ja dieses eis macht immer noch so komische geräusche einfach hin und wieder mal so dingsgeräusche oder ja nicht nur dieses knacken sondern halt so komisches summen würde ich jetzt mal sagen das muss irgendwas spezielles sein also vielleicht noch irgendwie mal rein implementieren das game oder sowas aber auf jeden fall da muss irgendwie mehr dahinter sein anders kann ich mir das nicht vorstellen naja oh die pflanzen sind gewachsen die wachsen selber auch im winter schon mal gut zu wissen ja das wirklich gut zu wissen ja das wirklich gut zu wissen hm 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 oh das ist ausgegangen ja ok oh und du bist nicht mehr ein alter Mann oh ok gut ich bin ein vormantler weißt du es nicht nein weißt ich nicht jetzt weißt du es ja ok ja gut das sind ganz schön viele vögel hier bei uns in der luft ey also wirklich sehr viele kann man feuerholz nehmen äh mit see abbauen kannst du wieder was drauflegen oder wie oder auch nicht ich hoffe es mal oh ok also bei mir hat sich gerade nichts verändert wie du es draufgelegt hast ja ich glaube es ist einfach es bleibt länger hm ok ist auch noch irgendwie ein bisschen komisch da wird sich schon noch ein bisschen was ändern ah da kommen wieder welche sehr gut sind ein großer drei kleine ne vier kleine auf sie mit gebrüll ah der hat eine goldene maske auf der eine hat eine komplette knochenrüstung der andere ahhhh der eine hat schon wieder einen fleischhelm auf so alles noch kannst du nicht sterben so danke äh naja ne ne die hat den den anderen ne hochgehalten ja bist du jetzt endlich tot so jetzt ey willst du dir in Ruhe oh man wir wirklich nicht keine Pfeile so da kommt noch einer guck guck ok dann eben nochmal und dann greifst du ihn wieder an wenn ich hier mit dem Bogen schieße darfst du die nicht angreifen ansonsten machen die so radikale Bewegung dass die Pfeile nicht mehr treffen das ist schrecklich ok wir haben aber wieder nichts gedroppt ey manno echt schade so das war's jetzt erstmal oder ja hab ich überhaupt noch Federn ah ich hab keine Federn mehr manno da müssen wir wirklich Dings bauen im Vogelhaus ja ähm den Ort wo die Pöge die ganze Zeit landen ich glaube wir fliegen bei uns die ganze Zeit oder landen tun sie ja nirgendwo ja so ok gut ich schlag den Vogel mitten in der Luft es kommt kein Geräusch er fliegt einfach durch mich durch danke wow danke so wievall und zwar auch ein ja wie ist es das hier ja Vogelhaus so hier haben wir ein Vogelhäuschen ok ah die ersten zwei Vögel waren gerade kurz da und es gibt schon ja hallo Feder achso das ist nur ein Feder-Symbol was noch da ist also die erste Feder war schon drin ok gleichwer gesnackt so können wir wieder Pfeile machen ach jetzt fehlen wir wieder kleine Steine die findet man überall ja aber es ist nervig die zu sammeln zu schrocken also den Schnee finde ich gar keine Steine irgendwie ja das ist doch schwierig man sieht sie ja nicht ja man sollte ja dieses Symbol angezeigt bekommen hey hier ist ein Stein da kommt auch nichts irgendwie so wir müssen Platz machen weg mit dir komm schon das ist ja bei mir die komplettes zeug mitgenommen noch nicht so machen was da stimmt und ich bin lustig das ist ja c4 ich dachte oh ein goldbarren vorsicht baum ich habe sie gesehen gut mein charakter ist tatsächlich gerade sehr müde man ist auch immer müde da kommt wieder ein roter am teich entlang ich habe sie gesehen möchtest du ihnen unser willkommenspaket schicken bist du ruhig da ist noch einer und ja auch der ist tot und es sind jetzt zwei tote hat der rote die einfach überrannt oder was die rote war vor denen da aber die da üben auf der anderen seite sind immer noch da üben auf der anderen seite also die sind nicht irgendwie hergebracht das heißt die sind hier neu und ich habe keine getötet die erfroren oder so sein wieso sind denn die roten dudes nicht erfroren die haben nix an genau mysterien über mysterien ich weiß nicht ob wir das ein bisschen größer machen sollen keine ahnung eigentlich brauchen wir momentan nicht wirklich ein haus wenn man ehrlich ist ja momentan was in zukunft das ist die frage die zukunft ich will schon sagen wir wurden gerade relativ oft angegriffen würde ich jetzt mal so sagen ich glaube ob das so bleibt bei der frequenz oder ob das wieder abnimmt das ist jetzt erstmal einmal komplett alle angreifen was in der umgebung sind und dann war es das erstmal wieder okay Na, na. Suck. 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 Die seltsamen Geräusche vom Dings her, vom See her, sind seltsam. Gut, dann bin ich nicht alleine. Hm. Oh. Mhm. Gut. Also, mir gefällt du unten sofort bis jetzt. Ja, das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Tag. Mhm. Du bist um die Stachel gelaufen, oder? Ich bin drüber gelaufen von der anderen Zeit. Also, ich bin nicht reingelaufen in dem Sinne. Habe ich den drüber gelaufen. Ah, okay. Gut. Das war's dann wohl mit meiner Rüstung. Ja, das kenne ich. Bist du schnell kaputt. Ja. So, den jetzt noch ein paar Baumstände, oder was das jetzt? Ah, ich hätte noch ein paar. Hm. Ich muss überlegen, wo wir trinken können. Äh, beim Wasserfall. Ja. Ja. Aber ich meine, in der Nähe. Naja, das näherste ist der Wasserfall. Es ist kalt, es ist ... Ich bin windig, ich bin müde, ich brauch Trinken. Hm, Penne. Ja, mir ist jetzt kalt und nass. Oh. Ob das jetzt gut ist? Weiß ich nicht. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Oh hey, die Leichen sind verschwunden. Ob das gut ist. Gut, aber ich sehe gerade. Das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.